Hi, ich bin Julia von MamiBlog und zeige euch in diesem Video hier den Kinderanhänger Chariot Light One. Das heißt für ein Kind, es gibt ihn auch als Zweier, der dann entsprechend natürlich für den Transport von zwei Kindern gedacht ist. Passend zum Alter meiner Kinder habe ich mich jetzt allerdings lieber für eine Kombilösung aus Anhänger und normalem Fahrradsitz entschieden. Das hat zwei Gründe und zwar erstens kann mein Großer mit seinen dreieinhalb Jahren bald schon selbst Fahrrad fahren. Im Moment lässt er sich lieber noch transportieren, aber wenn es dann soweit ist, dann kann ich den Sitz abnehmen und ihn später für meine Kleine dann wieder dran machen. Und zweitens können wir bei einem Familienausflug jetzt zum Beispiel den Kindertransport so besser aufteilen, da kann mein Mann unseren Großen im Fahrradsitz transportieren und ich die Kleine am Anhänger. Der Thule wird recht kompakt geliefert und besteht aus angenehm wenig Einzelteilen, und zwar dem Transporter hier, dem Handgriff, den vier Rädern, der Anhängerkupplung und dem Verbindungsstück. Als extra Zubehör liegen noch Regen- und Sonnenschutz dabei. Entsprechend einfach ist jetzt entspannterweise auch die Montage. Hier wird jetzt zunächst der Handgriff montiert. Die vier Räder sowie das Anhängerverbindungsstück werden durch den Klickmechanismus ganz einfach angesteckt. Das erleichtert uns später natürlich den alltäglichen Umgang, das werdet ihr gleich noch sehen. Jetzt wird die Halterung für die Anhängerkupplung noch einmalig am Fahrrad-Hinterreifen montiert. Einmalig, weil sie dauerhaft dranbleiben kann. Hier kann jetzt der Anhänger jederzeit ein- und wieder ausgekoppelt werden, indem der Stab durchgesteckt und diese Gummischlaufe hier drüber gezogen wird. So ein elastisches Sicherheitsband sorgt dann noch zusätzlich für Sicherheit. Wird der Anhänger gezogen, dann werden die vorderen Räder immer abgemacht. Wird er als Kinderwagen beim Spazierengehen geschoben, klickt man die Räder einfach wieder dran. Mit einem Handgriff sind die umgesteckt. Das Umrüsten ist echt super einfach und unterwegs, auch mit wenigen Handgriffen erledigt. Weiter lässt er sich einfach und kompakt zusammenklappen, sodass er dann gut mit auf Reisen gehen kann oder aber auch zu Hause gut gelagert werden kann. Zwei weitere Funktionen bietet der Thule auch noch. Dafür ist weiteres Zubehör allerdings nötig. Deshalb gehe ich jetzt nicht unbedingt weiter darauf ein. Und zwar ist es einmal Joggen und Skilanglauf. Für Babys, die noch nicht richtig sitzen können, gibt es jetzt einmal die Infantsling, die wie so eine Hängematte für ganz kleine Babys ab einem Monat eingehangen wird. Und die Sitzstütze für ein bisschen ältere Babys, die schon mit Unterstützung sitzen können. Für diese Sitzstütze habe ich mich jetzt entschieden. Der ist für Babys im Alter von ungefähr 6 bis 18 Monaten geeignet und ermöglicht eine sehr komfortable Fahrt für meine Kleine, weil natürlich die Seiten und der Kopf extrem gut gepolstert und abgestützt werden. Und er ist ganz einfach mit Klettverschüssen an der Rückenlehne des Transporters anzubringen und natürlich genauso einfach wieder zu entfernen. Insgesamt finde ich wirkt der Anhänger sehr komfortabel, sicher und qualitativ hochwertig. Der besitzt gepolsterte Sitze und eine super starke Federung. Ich bin beeindruckt, wie wenig man von dem Anhänger bemerkt, wenn man den hinter sich herzieht. Und auch Lia scheint darin echt angenehm und stabil drin zu sitzen. Sie gewährleistet eine sehr sichere und ruckelfreie Fahrt bei Unebenen und auch ganz unterschiedlichen Untergründen. Also ich würde auf jeden Fall auch gerne einsteigen. Das war nun alles zu meinem Tool der Chariot Light One. Ich sage Tschüss und bis ganz bald.